Nach meinem Masterstudium in Genf und erster Arbeitserfahrung habe ich eine neue Herausforderung gesucht, in der ich meine Sprachkompetenzen, mein wirtschaftliches Wissen und mein unternehmerisches Denken und Handeln optimal einsetzen kann. Ich wollte auf alle Fälle Kontakt zu Menschen haben. Per Zufall stoss ich auf die Anzeige von Willem Eliet und ich habe mich eigentlich gar nicht damit auseinandergesetzt, dass das etwas für mich sein könnte. Aber schon nach dem ersten Gespräch habe ich gemerkt, doch, da gehöre ich her. An dieser Position HR-Consultant haben mich besonders gereizt, dass man schon nach kurzer Zeit selbstständig Mandate betreuen darf und somit sehr viel Verantwortung übernehmen kann. Wir betreuen sehr anspruchsvolle Mandate und unsere Kandidaten müssen über sehr spezifische Kenntnisse verfügen. Somit muss auch ich mich in das Arbeitsgebiet einarbeiten und mir das Know-how aneignen. Nach einem guten Jahr bei Willem Eliet habe ich die Position als Teammanagerin übernehmen. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass ich die Chance bekomme und dass mein Einsatz nach so kurzer Zeit schon belohnt wird. Ich bin sehr gut begeleitet und gecoacht worden und habe nach und nach neue Aufgaben und meine Verantwortung übernommen. Ich bin jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr in dieser Funktion tätig und fühle mich sehr wohl. Ich bin jetzt ein bisschen mehr als Teammanagerin übernehmen zu können.